Lass witnessieren. Oh Gott. Okay. Ach stimmt, wir haben die Box gemacht, bis ich das da irgendwann verstanden hatte letztes Mal. Genau, wir haben die Sterne gelernt. Wo sind sie denn? Da. Die Sternis da haben wir gelernt. So, das Ding schießt. Wir haben jetzt fünf Strahlen, wie es aussieht. Ja. Und da wir die Sterne gelernt haben, können wir dahin, wo wir letztes Mal eigentlich angefangen haben und ich dann gemerkt habe, oh, die Sterne kann ich ja gar nicht. Oh, du hast witness noch nicht aufgegeben? Nee. Ich habe halt in meinem üblichen gesagt, das Spiel spiele ich nicht mehr, aber hey. Ja. Haben wir von da angefangen? Da ist dieses Zeichen. Kennen wir das? So, Boot dorthin auf Fullspeed. Gib ihm zwei Streams maximal. Ich spiele das doch momentan dauernd. Frau Müller hat eine Zugfahrt nach Rom im Schlafwagen gebucht. Leider schnarcht der Mann in der Kabine neben ihr so laut, dass sie kaum schlafen kann. Entnervt klopft sie an die Wand. Schnarchung hört auf. Kurz darauf geht es aber wieder los. Noch einmal klopft Frau Müller und für kurze Zeit ist es still. Als es wieder losgeht, klopft sie erneut. Daher tönt es plötzlich aus der Kabine neben ihr. Werden sie schon auf. Ich habe beim Einsteigen gesehen, sie sind nicht mein Typ. Okay. Bing, bing, bing. Das ist so ein Zeichen an Schlafwagen, du klopfst als Flirten. Ist das so? Naja. Das ist irgendeine gesellschaftliche Konvention, die ich einfach nicht kenne. Das ist okay. So. Tja, schön hier, ne? Na komm. So. Nee. Jetzt sind wir in der Mine. Warte mal, wo ist denn das Dorf? Halt, das Dorf ist hier. Genau da sind die Bäume. Warte mal. Gedeutet das jedes Mal, dass da ein... Warte. So. Eins, zwei, drei, vier. Baum. Nein, ich habe keine Ahnung. Let's go. Schön hier, aber waren Sie schon mal bei Dave im Stream? Hahaha. Hahaha. Ist auch gut. So. Da war noch einer. Ja. So. Ah, ah. So, warte mal, zwei. Aber das geht nicht. Doch, das geht so. Nämlich. Jetzt komme ich da oben nicht mehr durch. Ah. Aber das ist gar nicht mehr so verkehrt. Nee. Immer zwei Sterne. Hm. Hm, 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 hm. Nein. Quatsch. Ähm. Also die zwei so. So. Höp. Höp. Nein. Warte. Doch, das kann gehen. So, nämlich. Hm. So, und das hat jetzt was getan. Das hier aufgemacht. Hier, das ist ja einfach. Oh. No. Was passiert hier? Oh, du machst mit der Vampire, dass ich da hoch kann. Oh. 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 Ja, aber was mache ich? Äh, was mache ich bitte, Dave? Ich habe nichts gemacht. DHL hat auch nichts gemacht. Sag doch mal die Kackstifte von DHL. Ich weiß nicht, warum die dein Paket nicht weiterschicken. Hallo, Sordi. Äh. What? Das ist ein Vierer. Aber wir haben ja nur drei. Hä? Ja, ich weiß nicht, was das Ding bedeutet. So, zack. Zack, zack. Einfach so? Nein. Wenn ich das so mache? Hä? Wait. Es ist angegangen. Es war richtig. Aber er hat doch geblinkt. Hä? Also, das ist klar. Der Lange liegt hier unten. Der Zweier steht hier. Das ist okay. So. Ähm. Ähm. Also, die wären ja eigentlich so. Aber was machen wir mit dem? Ja, jetzt ist der wieder ausgegangen. Brutfortschut. Nein, das ist falsch. Warum geht es an, obwohl es falsch ist? I don't get it. Aber er bleibt an. Leider? Ist wieder ein Tutorial-Übersprung? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann wieder aus Versehen. Lass mal hier hingehen. Ist da was gesehen? Mal hier lang. Keine. Und nichts. Na gut. Hätte ja sein können. Okay. Ähm. Ja, das bedeutet alles mitnehmen. Das ist... Alter, das kennen wir schon. Das ist Farben-Trennen. Ist das schlecht? Hörb. 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 So, das Gegengewicht. Oh, das Gegengewicht ist in der Wand versteckt. Hm. Sieht aus, als ob dir die Erklärung für dieses andere Symbol fehlt. Ja. Oh, es ist hier die Erklärung. Bedeutet das, ich kann einen ignorieren? Weil, guck mal. Was geht überhaupt hier? Oh. Ah. Weil wenn wir jetzt mal hier gucken. Ich kann ja gar nicht alles einsammeln. Ich glaube, das bedeutet, ich habe einen Freifahrtschein für einen Fehler. Ist das so? Warte mal. Jetzt bist du doch irgendwo... Oh, nein. Ich dachte, die Platte drunter. Äh. Okay. Ah, warte mal. Lass mir die Tür da auf. Oh. Hm. Ich glaube, das ist ein Freifahrtschein. Ich glaube, hier ist jetzt die Lösung dafür, oder? Soll ich ignorieren? Aber es geht. So. Okay. Das ist ein Freifahrtschein für einen Fehler. Nein. Ist es doch nicht. Hä? Der Fehler muss erreichbar liegen. Okay. Ja, ja, ja. Warte, 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 warte. Ja, der Fehler und das Ding müssen in einem Feld sein, damit ich da was ignorieren kann. Gleiches Ding nochmal. Aber hier habe ich keinen... Äh. Warte. Warte. Hier darf ich keinen Fehler machen. Genau. Was ist, wenn ich einfach keinen Fehler mache? Aber er muss benutzt werden. Okay. So sind es zwei Fehler. Warte mal. Wie mache ich denn jetzt nur einen Fehler? Warte. Hier haben wir noch gar keine Anpunkte. Glückwunsch, Lance. Heute gibt es aber keine Party dafür. I'm sorry. Okay. Ich bin also eins zu früh. So. Ja. Ein verpflichtender Fehler. Komm da erst mal drauf. Das ist ja frech. So. Genau. Zack. Fehler und Ding liegt gleich. Ach, Hebebühne. Halt, kann ich noch mit drauf. Danke. Brauche ich mir den Weg drumherum. Okay, okay. Hm. Meine Finger riechen noch nach dem Käse, den ich vorhin gegessen habe. Hallo. Milchi. Einen wunderschönen guten Abend. Na, wie lief's? Ich hab zum Schluss noch gelurkt. Hallo, Arno. Ich hab dein Button noch nicht neu gemacht. I'm sorry. Bin alt, langsam und ein bisschen faul. Hm. Aber hi. Vielleicht kommst du jetzt auch vom anderen weiter. Ja, aber jetzt bin ich ja hier. Ah, da stehen welche. Hilfe. Hilfe. Oh, es sind gar die Tiere geworden. Oh. Was zum Geil ist hier passiert? Sind wir auf Pompeji? Es hat sich Pompeji einfach abgespalten nach dem Vulkanausbruch. Oh, ich hab keine Ahnung. Warum sind denn hier schon Dinge? Ja. So, das ist der Rückweg, ne? Hm. Oh Gott. Und warte. Ah. Hopp. Tod und Verderben. Der Sieg war eine Frechheit. Ich will nicht weiter darüber reden. Tod und Verderben. Hallo, da. Hallo, lol. Ein wunderschön. Das heißt, du hast nachher keine Lust mehr oder dann doch? So, das geht. Ist denn wir das jetzt zählen oder nicht? Ne, verständlicherweise nicht. Ach, so, warte mal. Das muss ja getrennt werden. Ich bin ja ein Idiot. Ja, ja. Das ist ja nicht Stern. Das ist normale Platte. Der Sieg war geil. Sollte man wiederholen. Dann gibt es doch wieder eine Schiggy-Kanone. Ja, aber das war wichtig. Ach so, nee. So. Ich muss ja einen Fehler machen. Dass du hier einen Teil hast, das dich zwingt, einen Fehler zu machen. Ist einfach nur... ...geweist. So, hopp. Der Rote ist der Fehler. Ach, Gott. So. Das ist ja eine Scheiße hier. Ich muss exakt einen Fehler machen. Das ist wirklich... Das ist wirklich frech. Ich habe heute beide Male an die Schiggy-Kanone gedacht. Ich habe zwei gemacht. Ja, hast du dann später noch Lust auf einen dritten, oder? Soll ich einfach dann Pokémon Emerald spielen? Ähm... Lies doch. Was? Lies doch. Ja, ha. Ach, da. Ja, ha. So, ein einzelnes... Schreibt uns das ganze Satz. Ja, wir machen es später noch. Äh, selbe Frage an LOL übrigens dann. Und jetzt, jetzt habe ich. So. Ich versuche es erst mal wichtig zu bauen. Geht schon nicht mehr. Oh, warte mal. Doch, doch. Ich darf aber nur einen Fehler machen. Scheiße. So, wir machen erst mal den grünen hier raus. Den grünen machen wir raus. What? Kack, 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 kack. Ich sag mal, ja. Die machen wir jetzt aber erst mal den Tiefkühl. Die brauche ich jetzt. Ich habe vorher Käse roh gegessen. Ich hatte den Käse schon geschnitten. Und dann gemerkt, oh. Wir haben kein Brot und kein Toast zu Hause. Ups. Dann habe ich den einfach so gegessen. Ey. Ja. Okay. Aber so habe ich automatisch zwei Fehler da drin. Ich muss den exkludieren. So. Warte. So. Ja, aber dann habe ich das da oben auch bunt. Ja, gar nicht. Lass uns von hier oben kommen. So. Lass uns mal so bauen. Mh. Mh. so 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 habe ich zwei fehler drin ich habe sie es tut mir leid ich stehe noch nicht so lang aber ich muss mich gleich den hocken wenn ich dran denken steht beim nächsten mal einfach länger die ganze zeit so bloß keine fehler machen das kann man manche wesel nicht wiederholen und jetzt plötzlich los mach einen fehler los ja das spießgemein das ist dass das sich einfach noch mal ändert ist einfach wirklich frech kann mal einer verraten warum manche filme schlechter werden je weiter eine reihe geht weil es nur noch ausschlachten ist das ist ja leider normal guckt der fluch der karibik an das war mal so eine geile reihe und dann kam teil 4 und dann kam teil 5 und jetzt denken sie über teil 6 nach das ist einfach nur traurig so ja das geht halt nicht darf ich muss nicht darf nicht ich muss ich muss einen fehler machen na du masochist alle strategy ein wunderschön ich habe mir hier versprochen dass ich dir ein video zukommen lassen muss das ist ein video von dir arno wenn nicht er kann etwas das ist ganz schlimm momentan ist wieder schlimm da liegt was in der luft so nein nein du musst das irgendwie in der mitte machen na dann komme ich aber nicht mehr durch es gibt teil 4 und teil 5 nani ja ist besser wenn du die nicht kennst die sind nein es gibt das ist fluch der karibik ist weiterhin eine trilogie und wenn sie teil 6 machen dann gibt es eine gute und eine schlechte trilogie also 1 2 3 dann gut und 4 5 6 ist schlecht ich nehme einfach mal an dass teil 6 genauso furchtbar wird wie 4 und 5 1 anno das denke ich mir bei star wars aber 7 überhaupt ich weiß ja nicht wie ich 7 überhaupt überlebt habe ja genau da denke ich mir auch immer nein der vote ist ja der fehler das stimmt super einfach und ich sehe es einfach nicht das geht schon nicht mehr einfach so machen ja fast das video von milchi ist von milchi und beschreibt dein mohr gegen siegeschancen meine mohr gegen siegeschancen hmmm 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 oh was ich gesagt hat doch jetzt gestimmt oh okay naja er ändert wieder eine ein ding ist anders ja da oben hmmm 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 flock hmmm jahr und es ist nämlich nicht mehr auf geht aus Nos das kleine nach dem mal Ja, warte mal. Nein, das ist ja dann mehr als ein Grüne. Nee, nee. Aber den hier kriege ich dann nicht mehr weg. Wub, 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 wub. Wub, wub. Äh, nein. Dann stellen wir noch da. Wub, 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 wub. Wenn ich das so mache, komme ich nicht mehr durch. Das sagt nichts von der Rätsel. Das ist aber gespannt aufs Ergebnis. Ja, diese Rätsel, ähm, diese Rätsel dürfen sich nicht berühren. Zum Beispiel, guck mal so. Das da sind jetzt einfach zwei Orange in einem abgeschlossenen Feld. Das da links sind jetzt drei Orange in einem abgeschlossenen Feld. So, jetzt wäre aber noch ein Grüne dabei. Dann wäre es automatisch falsch, weil verschiedene Farben von diesen Plättchen dürfen sich nicht berühren. Ich muss, ich muss aber dank diesem Zeichen einen Fehler in einem so einem Quadranten machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sag, das hier in der Mitte ist alles ein Feld. Geht zwar nicht, weil ich nicht überkreuze kann. Ähm, ist es okay, weil der Schraubenzieher-Bit mir den Fehler dann durchgehen lässt. Ich muss ihn aber benutzen. Das heißt, ich muss einen Fehler einbauen. Aber ich darf keine zwei Fehler haben. Zum Beispiel, das hier geht schon wieder nicht mehr. nochmal die erste Theorie. So. Wir haben ganz unten einen grünen exkludiert. Der ist alleine. In dem ganz großen Feld in der Mitte sind ganz viele Orange. Das passt. Ein grüner und ein Fehler. Und oben rechts sind nur grüne. Dadurch passt's. Einen blauen. Oh Gott. Äh, warte. Ich kann das so machen. Ja. Jetzt war es einfach. Ja, aber jetzt kommen mehr Farben. Mhm. Auf kleinem Raum. So. Nein. Nee. Wo mache ich denn den Fehler dahin? Und das ist das ganze Spiel. Ja, aber es sind immer andere Aufgaben. Hier dreht sich jetzt alles um. Mache einen Fehler. Bei anderen ist, äh, sind zum Beispiel diese Plättchen dann sternförmig. Das heißt, ich darf nur zwei gleichfarbige in einem, äh, farbigen haben. Darf aber Farben mischen. Und es ist jedes Mal eine andere Art von Rätsel, die sich immer mehr steigert. Irgendwann hast du dann alle Rätsel dieses Typs erledigt und bekommst so einen Strahl in den Himmel. Und dann suchst du dir die nächste Rätselart. Und das ist das ganze Spiel. Und mir tut der Kopf weh. So, einmal das machen wir so. Na, geht schon nicht. Das sind jetzt nämlich zwei. Nein. 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 Was mache ich denn hier jetzt? So. Nein. Nein. Fuck. Geht nicht. Das ist ja noch schlimmer. Ich mache einen Fehler. Ich mache schon auf der Arbeit. Äh. So, die ich verstehe leider nichts. Ich habe keine Ahnung von Star Wars. I'm very sorry. Ich bin nur da, weil ich Dave mag. Ja, ja. Und wenn du über Dave lachen willst. Dave, gib mir einen guten Disney-Film außer König der Löwen. Monster AG. Was ist Disney? Ja, ne? Ja, ne? Und Star AG ist geil. Warte. Der, doch, der ist ja... Ja! Ja, Pixar ist doch... Ist doch Disney Pixar. Disney hat doch Pixar gekauft, oder? Sind Pixar-Filme, äh, Disney? Ist ne Pixar, yes. Wie ist der? Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. So. Ähm. Ich find Monster AG sauwitzig. So. Regeln. Schwarze Dinger auf den Wegen muss ich einsammeln. Die müssen eingesammelt werden. Schwarze und weiße Plättchen müssen getrennt werden, aber irgendwo muss ich einen Wähler einbauen. Und ich habe mehrere Startpunkte. Ich kann sogar hier anfangen. Das ist ja witzig. Äh, muss ich auch, weil wenn ich hier anfangen kann, krieg ich die beiden nicht. Den kann ich jetzt so machen. Andererseits. Ah, aber wenn ich da anfange. Ich habe auch mehrere Endpunkte. Lalalalalalala. Hm, 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 hm. Dann kann ich das aber nicht mehr anständig trennen, ne? Nee. Deswegen ist das ein scheiß Startpunkt. Der ist auch kacke. Okay, warte. Flump, flump. Das ist doof, wenn ich das schon mache. Das ist sehr doof, wenn ich das so mache. Komm, ich nehme mich da nicht mehr hoch. Oh, ich brauche den Fehler. Ah, nee, warte mal. Das ist ja... Dann habe ich zwei Fehler. Wir nehmen alle Weißen mit. Fuck, da unten! Nein! Nein! Ähm... Nein! So close! Nein! Weil ich schon überall war. Aber ich kann es wegwärts aufziehen, oder? So... Sooo... Ba, 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 ba... Ah, eins zu früh. Yes! Was hast du jetzt gemacht? Tschüss.